so und da tun sei ich bin 6 so was doch immer uns erwartet was was erwartet ja ich sehe es absichtlich mit der sportflinte weil ich will mir die blaue position ausführen für die typen da hinten so wie der hinten rumzappeln kommen wir da mit der sportflinte wahrscheinlich nicht dran ein bisschen einheit zu können wieder zumindest schon mal was ja hier kommen wir auf sehr schön das heißt das war nicht gut das war gar ach du scheiße aber wobei ganz ehrlich vom namen können wir die wenigstens besser angreifen gut dann müsste ich jetzt die andere man auch da rauf machen dann fühle ich die runter ja warum hat sie so wenig aus hä siehst du das ist komplett bei dem einen habe ich gerade einen schuss gebraucht und der lag und da habe ich mir drei schüsse gebraucht das ist doch was ist denn da immer los ich verstehe das nicht oder da sind manche warum auch immer gefördert der mensch die druck geil okay wir gehen einfach mal rauf ähm voller speichern ja kommen wir auf dem komm ich wahrscheinlich nicht so leicht drauf dafür reicht mein jump skill nicht aus ich bin ja immerhin kein speedrunner ja genau das ja genau das da wäre zumindest für rote munition ja komm lass nochmal ich glaub das möchte die map sowieso nicht dass wir da abkürzen ach du schalalala ey das ist doch jetzt nicht normal das kommt ja in jeder fucking map vor allem okay okay wir sind gefickt na komm trete mal den schöpfer gegenüber geht doch alter hoffentlich gibt es jetzt hier nicht noch mehr köpfe ich habe nämlich nur noch zweimal bfg siehst du kann ich dir so komplett über beide rüber nein auch nicht ach komplett nicht scheiße so das heißt äh jetzt haben wir da oben kraftfreunde das sind aber alles markkämpfer sehr schön schön sehr geil das war doch gar nicht mal so schlecht oh so einer wurde von der schwerkraft gezogen oh nein das war so das war ist also der das war ist durch und hier durch oder endlich zu ok da ist eine gelbe tür und da ist ein ach nee ein fall runter loch na gut das sieht das war gefährlicher aus als es eigentlich ist was warum ist die scheiße auf dem weg ah ok wenn du auf den weg kommst du platz fragen warum wir so viel lava und ob die scheiße doch auf dem ding sport und aus dem lager rauskommt quasi so als programmier fehler war ich jetzt mal so das sieht wieder aus wie eine typische klassische falle naja hatte viele das helft und sehr hier auch wieder raus ok die beiden waren also beide offensichtlich für den scheiße da ist noch ein kopf kommen wir jetzt hier raus ach die sind teleporter das ging einfach so werden das ist sehr schön wir haben massig rote munition nutzen wir die auch mal und wir haben noch ein freund dahinten hat noch sterben oder so faktisch mit aus dem wagen noch einer ne auch schon auch zwei erledigt mit einmal das wäre ein bisschen zu viel das guten gewesen selbst für mich ab wieder hoch und drinnen in den raum auf sich bekommen wir ganz viel bfg position normalerweise werden wir mit ja auch zu beschissen aber wird jetzt wie sie brauchen lieber keine und wieder rüber das teleporter das bringt genau gar nicht so eine schalte Oh, sehr schön. Labiefs. Was? Egal. Das kann ich bisschen. Kommt mal her. Das war dann gerade wohl Port bei zu früh gefreut. Okay. So, dann holen wir uns mal die grüne Karte. Grüne Karte. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, da wo wir vorhin raufgesprungen sind auch. Na gut. Wir haben die grüne Karte. Grüne ist nebenan. Und wie genau kommen wir da jetzt rauf? Ah. War das gerade noch Verschwendung? Na ja, mach halt so. Eine Drittelverschwendung. Dann kann ich sie akzeptieren. Ach, guckt euch diese Bastarde an. Oh, das ist hier. Oh, das ist hier. Okay. Das ist hier. oh guckst du, wo kommt der denn mal her, sag mal ich dachte gerade, ich habe ein Seabird geöffnet und da war so ein scheiß Vogel das ist ein Seabird, das war kein Seabird, das war eine scheiß Falle ich werde doch mal still ich werde das mit BFG-Mulizern so, wo kam der denn jetzt raus? ach so, klar, von da ich noch mal wieder so oh oh ah, das ist ein Problem ah, das ist ein Problem das ist ein Problem oh sehr geil so jetzt können die köpfe wiederkommen ok wenn das keine sequels sind diese drei türen das jetzt auf jeden fall fallen das heißt ich werde erst die türen aufmachen und dann die blaue karte schnappen und dann gleich nach raus rennen das aus oder ähnlich so ja die kommen raus ja 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 So, wir sollten mehr von der blauen Monitoring einsetzen, davon gibt es hier ganz schön viel. Es ist immer das gleiche, mal haben wir zu wenig, mal haben wir zu viel. So, die Tür ging jetzt. Ach, nein, oh wow, wow, gerade so geschafft. So, ähm, okay, einmal rundherum, äh, das war, das war, das ist intelligent? Nein, ich wollte nicht runterfallen. Oh, lecker. Ja, stimmt, bitte. Oh, ich schalte mich hier auf. Okay, ähm, aber wo sind jetzt die Vögel? So, dann mit hoffenweise von diesen Featuren. So, dann mit hoffen und dann können wir das Level auch getrost verlassen. So, dann mit hoffen und dann mit hoffen und dann mit hoffen und dann mit hoffen. Okay, grün brauchen wir offensichtlich nicht. So, blau war hier noch ein bisschen. Und dann natürlich noch in dem Raum, wo die ganzen Hexen waren, wo auch immer das war. Vielleicht links oder rechts oder oben oder unten. Irgendwann hat er doch ganz viel über Hexen besiegt. Wo war denn das jetzt? Ne, hier offensichtlich nicht, aber hier zur guten Position. Hier ist auch nichts mehr drin. Oh, nein. Ach, komm, nicht mehr. Wir sind am Anfang oder am Ende? Wir sind am Anfang. So, hier war der Teleporter, den wir wieder rausholen. Genau. So, jetzt geben wir noch irgendwo ein Secret-Fekt noch gerade auf. Ach ja, da hinten wahrscheinlich. So, question ist, wie kommen wir da hin? Ach ja, wir haben ja All-Map. Oh, Alter, ich hab was im Auge. Ah, na, schau mal, ey. Boah, nicht runterfallen. Äh, jetzt müssen wir hier wieder... Ach, na, super. Aber hier ist schon Bierstumulation. Oh, Unterbrochen, Sterblichkeit. So viele schöne Sachen, die wir hier sehen. Und aber nie nutzen. Ach, da war's das. Aber wie kommen wir da hin? Ich glaube, ich weiß wie. Ah, ich mach' her. Ich hab' nicht auch genau auf den Fallchen gelaufen. Hier hätte ich hin gemusst. Mann, ich fick meine... Mann. So, jetzt schön. So, danke schön, du Gottverdammter. So, easy. Geht doch. Okay. Hier war das drinnen. Genau. Hier sind die ganzen blauen Kugeln. Von denen ich sprach. Oh. Dann dank den ganzen roten Vögeln haben wir davon ganz schön Verbrauch. Und hier waren auch noch welche drinnen. Genau. So, und das war's dann auch schon. Das brauchen wir nicht. So, na, rote ist ja auch nicht. Ne. Ja, rote Munition, das war's das? Ähm. Ähm. Ah. Okay. Ist also periodisch, das Ding hier. So. Six Secrets war einmal hinten. Achso. Hier unten. Warte mal. Na ja, außer BFG natürlich, da nicht, aber ich sag jetzt mal, alles was jetzt primär wichtig ist, haben wir. So. Dann sehen wir uns im nächsten Web wieder. In dem Sinne, schau mit V.